Ihr Lieben, hier mal einen kleinen Einblick für das Workbook vom Leben im Einklang mit Mutter Natur, dem Wandlungsphasen-Jahreskurs und hier mal einen Einblick in dieses geniale, superschöne, irrsinnig große, 56 Seiten lange Workbook, nur für den ersten Teil. Also der Inhalt ist einfach mal eine Einführung, dann gibt es energetische Einstimmungen, dann die Thematik Leber- und Gallenblase, dazu dann die Reflexionen und Glaubenssätze, dann Akkupressurpunkte, ätherische Öle und wahnsinnig viele Seiten für die tägliche Anwendung. Und ja, also ich bin total glücklich, weil das wird, ja, wie man so schön sagt, mein Signature-Kurs werden. Und ich freue mich riesig, ab dem 18. März geht's los und ja, finde das einfach toll, dass auch ich persönlich dann auch sowas rausgebe, wie so ein kleines Buch schon. Und ja, es ist auch so ein bisschen, ja, meine Arbeit, die es so auf einen kleinen Knotenpunkt bringt. Und die Vorteile sind einfach für mich, wenn ich immer wieder mit den Wandlungsphasen in Kontakt trete, es hilft mir, eine Sicherheit aufzubauen. Ich schaffe es mir, auch immer wieder eine Balance zu kreieren, in meinem Leben so zu navigieren, dass ich im Einklang mit meiner Natur, aber auch mit der Natur draußen bin, ich mich besser verstehen lerne, wie ich funktioniere, um dann auch wieder dann in der Umwelt mit den anderen Menschen leichter zu navigieren. Also, wenn du Lust hast, mitzumachen, bei diesem schon ersten Teil mit 56 Seiten Workbook, mit einem zweieinhalb Stunden Workshop am 18. März geht's los. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach, ich freue mich auf dich. Bis dahin, ciao, tschüss. Bis dahin, ciao, tschüss.